Ich muss jetzt mit mir eventuell eine zusätzliche Fähigkeit erlernen. Ich habe... Ich verstehe weiter. Hör zu. Diese geheime Technik komponiert. Demon Fang and Swallow Dance. Ja, aber Swallow Dance, wie er gerade weiß. Es wird... ... dass die... ... der Diamond Nick Swallow Kick genannt wird. Ich bin gespannt, ob ich die jeweils beherrschen werde. Nun Miguel beherrschte sie. Nun Miguel beherrschte sie, als sie gerade 14 Jahre geworden waren. Vertraub dein Erbe. Der Berg zum Huhn kann nicht in einer Nacht in die Wohnung werden. Da stand's. Nun gib alles, was du hast. Crush Land. Diamond Nick Swallow Kick. Aber wir müssen uns Swallow Dance lernen. Und wir erhalten einen Titel. Gesperrtkämpfer. Ja, das ist das, was ich meinte. Man wird sonst im Szenario nicht... ... erhalten mit Titel oder bei bestimmten Anstaufungen, Fähigkeiten oder Kämpfen. Und mal gucken, wer sich das behalten. Wie man den... ... Diamond Nick Swallow Kick Art... ... oder Albiya beherrscht. Und... ... mal gucken... ... mal gucken... ... ... die... ... die Diamond Nick Swallow Kick Art... ... oder Albiya beherrscht. Wir haben jetzt 6%... ... aber wir können uns jetzt mal ausrufen. Ich bin ja... ... ja... ... er heißt jetzt... ... Swallow Dance. ... ja... ... Swallow Dance und Lightning Tiger Blade. ... ... das... ... ... aber wer... ... die... ... ja... ... Lightning Tiger Blade... ... ... ja... ... ich will aber nicht... ... Swallow Dance... ... Lightning Tiger Blade... ... ja... ... ja... Genau die Wunschung! Ein Lauf von Hamaden! Unsere neue Spruch hat mitgelehrt! Level 3! Ich denke mal ein paar Punkte zu spüren! Langschwörst! Hier, das war ja die Sache von... Du könntest ihn ausrüsten! Und hier sind drei Punkte! Den ja noch! Was steht hier? Niemand darf einkriegen! Aber wir wissen ja! Ja! Okay! Okay! Das! Okay! Ja! Ich denke, das ist alles offen! Okay! Das ist alles offen! Ja! Das ist die Spallow-Dead! Ja! Die Spallow-Dead sind da noch nicht! Das ist alles offen! Das ist alles offen! Das ist ein bisschen zuvor! Ja! 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 Das ist alles offen! Ja! Ja! Und dann! Ja! 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 Oh, da erinnert mich an die Tommelierung von Resident Evil. Rack und dieser... ...weil sich zu viele T-Virus... ...der Versleuchtsmodel. Resident Evil... Oh, magisch auch geerhalten. Magisch ist auch geerhalten. Ja, Resident Evil... Oh, was auch gehn? Ich werde... ...spielte... ...vier Teil 4 und Teil 4. Wirken, das muss jedenfalls ein Teil 6 aufholen. Soll ich am November erscheinen? ... ... ... ... ... ... ... ... Sollten auf jeden Fall leveln, leveln, leveln. Oh, Alter. Ich müsste es ja eher nicht allzu schwer haben. Okay, wir haben jetzt hier die ganze Säge öffnen. Ich muss da kaum... Oh shit. Oh, okay. Kettenhelms erhalten. Kettenhelms? So. Ach so, das andere war ja kein Panzer. Okay, wie viele Türen haben wir noch? Ist das einfach so schön? Oh, das ist ja auch nicht. Ja, da gibt es nur noch was zu sagen. Wir haben kurz vor wieder nach. Die Klaus hat irgendwie mal aufgehört zu decken. Das ist die Frage, wo soll ich langgehen, aber was willst du? Es ist alterlich um sonst Katakompen. Aber wenn es zu viele Wege sind, dann geht es ja großzigerweise. Ne, es wechselt sich nicht. Es scheint eine Sätze nicht zu gut. Und die Lüste da unten. An dieser Tür ist durch meine seltsame Kraft verschlossen. Oh, ich werde mich nicht mehr verlieben. Es erinnert mich an meine Ausbildung, da wo ich nicht mehr gespielt habe als Carly. Oh. Der Kollege nimmt immer einen Schnissen als Zigarette. Die Lüste, die ich da finde, dass Carly rausgesucht. Und wenn der Ausbilder kommt, sieht er gar nicht. Ähm. Wir müssen drüber lachen. Wir müssen einfach... ...hums, nicht mal sehen. Vor allen Dingen, äh... Es liegen ja nur drei Stifte auf dem Tisch, dass Ausbilder ist. Und... ...unser Ausbilder merkt noch nicht mal, dass wir das noch frei liegen. Der is, der will nicht mehr anziehen. So quick, jetzt mal heben! Halt ab! So... So, ich dran. Ja, ja. Ich werde jetzt mal nicht offen, halt! Okay. 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 Na, was ich zu sagen? Ich bin. Ich will da reißen, da gibt es richtig viel mehr, ich kauf! Reiß ist nicht, ist da oben, ist da oben! Lass uns mal lieber! Ja... Wie hier... Gedachkultusius. Da müssen wir bestimmt irgendwas fliegen, das ist jedenfalls auch. Einfach mit Fliegen. Geht klar! Hau, Herr Meier, ja! Hau, Herr Meier, ja! Hau, Herr Meier! Hau! 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 Warte, dann werden die gehen aber auch stärker. Die haben viel mehr aus hier. Warte, hier kommt es... ... die Kettenhände halten... Bist du jetzt raus? Warte, der hat er überhaupt ausgekauft. Ja... Warte, warte, warte! Warte, warte! Warte, 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 warte! Hau, ja, ja, ja! Warte! Ja, im Laufe, denn ich bin gekommen noch. Meistere Karatelle aus der Schäfte? Lady Sins, rat' ich noch nicht. Sind hier sonst Spannung weg? Wo ich mal alle Dings hier Sorgen mache? Verspeichern. Will ich erhalten? Werte, ich kann diese Statue bewegen. Okay, hoch. Ich bin gerade in der Schäfte weg. Okay, Gegner, Pola. Aus. Woüber, ich will gar nicht Sorgen machen, aber ich bin ja schlichtweg. Und die ganzen Katzen schließen. Die ganzen Geister werden schließen. Ähm. Wie geht's los? Nein, nein. Nein, ich bin. Wo kann ich? Okay, es geht los. Wattel schlägt. Nimmt. Wattel schlägt. Den gut, also Zeug. Wir hören Rolloderne. Ja. 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 Die ganzen Katz schließen. Die Mörder heilen. Hunger sei ich. Ich wollte ja nicht vergessen. Nun denn, ich bedanke mich euch schön, dass ihr auch heute wieder reingeschaut habt bei Let's Play Theft of Pedersia. Mein Name ist Rufuschen Marino. Und ich würde mich freuen, wenn ich den nächsten Pal wieder reinschalten würde. Dann würde ich die Katakoppen weiter in der Klemmung Mörder suchen. Bis dahin, einen schönen Abend. Tschau.